Was ist mit der Freundlichkeit und mit der Art und Weise, wie die Patienten umsorgt werden, muss ich ein ganz großes Lob aussprechen. Es ist einfach toll, von der Begrüßung am Eingang über den Service. Man wird hier nicht allein gelassen. Es geht immer eine Assistentin mit. Man läuft hier nie alleine durchs Haus. Es ist die Sprache, keine Barriere, so wie man ja eventuell Angst haben könnte. Aber das funktioniert wunderbar. Und auch der Service durch die Ärzte. Es sind sehr kompetente Ärzte. Die verstehen ihr Handwerk. Die haben eine ganz, ganz fundierte Qualifikation. Und das Know-how, mit dem diese Klinik hier arbeitet, ist unbeschreiblich. Das Know-how, mit dem die Klinik hier ist.